ja hallo gaming freunde herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder game collector es ist natürlich mal wieder salatheim und zwar am 3 november sind endlich die neuen salatiers of the kingdom amiibos veröffentlicht worden wir haben hier einmal garlandorf und wir haben hier einmal sölder habe das ganze bei mediamarkt abgeholt sölder hat so gut wie in jedem shop 14,19 gekostet bei garlandorf sind die preise immer so ein bisschen variiert zwischen 20 bis 30 euro bei mediamarkt hat er 24,99 gekostet und ich glaube im nintendo shop bzw im store glaube ich hat er schon gar 20 euro gekostet bin mir jetzt nicht mehr sicher im nintendo shop sind sie natürlich schon längst vergriffen das wollte ich nur gesagt haben so schauen die figuren aus ich würde sagen drehen wir mal die erste figur das ist dann jeweils die rückseite der verpackungen es ist natürlich noch nicht bekannt was jetzt da genau für items die figuren bekommen zumindest können wir die waffen schon erkennen wir haben hier dann ein gerudo schwert das können wir hier zum beispiel erkennen und bei söller ist es dann eventuell dann ein normales soldatenschwert können wir noch mal näher rangehen könnt euch das noch mal genauer angucken wenn das scharf stolz jetzt hat das scharf gestolz das könnt ihr euch noch mal angucken und so schaut das ganze hier aus ja dann würde ich sagen packen wir die figur mal aus bin ich mega gespannt darauf wie sie von der verarbeitung her sind dann sehen wir uns gleich wieder so habe ich die beiden ausgepackt ich muss schon sagen sie schauen richtig klasse aus besonders söller hier in ihrem sogenannten vergangenheitsgewand wo sie ja tausend jahre in die vergangenheit gereist ist und natürlich garnendorf wo es glaube ich alle 100 jahre passiert wo ein männlicher gerudo geboren wird er hat ein ziemliches gewicht also erst schon ziemlich schwer er steht jetzt hier auf so eine art steinboden ich denke das wird dann in der gerudo wüste wird das denke ich gewesen sein jetzt können uns mal es soll doch noch mal genauer angucken ich drehe das ganze noch mal so ein bisschen ja macht auf jeden fall was her hier ist sie auf so einen standfuß drauf hier natürlich auch wieder das ganze nintendo logo und das amiibo logo natürlich macht auf jeden fall was her schaut richtig klasse aus ja und hier bei garnendorf sehen wir auch hier so die muskelpartie sehen wir hier zum beispiel also er macht auf jeden fall schon einen sehr sehr guten eindruck er ist schon ziemlich groß deswegen hoffe ich könnt ihr das gut einsehen und ich hoffe dass es gut eingefangen wird macht auf jeden fall laune schaut super aus die figur richtig klasse ich würde sagen ich würde mal schon mal einen drehtöller auspacken und die beiden mal auf den drehtöller packen dann können wir uns das noch mal etwas genauer angucken so gucken wir uns garnendorf etwas genauer an ich habe mir jetzt auf den drehtöller gepackt ich hoffe es passt einigermaßen dreht sich heute jetzt ein bisschen schief der drehtöller ist auch nicht unbedingt der beste das gute die defokussierung ist natürlich jetzt auch wieder sehr schlecht ja das ist ein bisschen blöd weil er ziemlich genau wieder im falschen hintergrund ist zu mir mal ein bisschen weiter weg ja ist ein bisschen blöd mit dieser defokussierung sobald er näher in die kamera reinkommt aber ich glaube jetzt müsste es einigermaßen passen genau jetzt passt ja schaut auf jeden fall nicht von schlechten eutern aus kann man auf jeden fall machen tolle figur richtig klasse gefällt mir richtig toll und natürlich geht es natürlich mit zölder weiter und die schaut natürlich auch richtig klasse aus sie macht auf jeden fall auch einen sehr schönen eindruck passt perfekt zu meinem link aus tears of the kingdom wie gesagt sind zwei mega geile figuren und ich bin froh dass ich sie in der sammlung habe und wie gesagt das spiel habe ich ja schon erfolgreich durchgespielt aber leider habe ich immer noch nicht die große review gedreht weil ich immer noch ein bisschen was ein texten muss aber keine sorge da kommt das dann definitiv demnächst auf meinem kanal ja dann würde ich sagen sind mit der präsentation durch ich bin mega zufrieden sind zwei richtig tolle figuren wenn ihr natürlich die figuren irgendwo seht egal bei müller oder bei mediamarkt für einen guten preis nimmt sie auf jeden fall mit ihr könnt nichts verkehrt machen wenn ihr sowieso amiibo fans und söller fans seit muss diese figur definitiv in die sammlung also ich kann sie wirklich nur jeden empfehlen also dann würde ich sagen sie mit dem video durch es sind viele schnitte gewesen aber macht nichts ich habe euch so gut wie es ging die figuren präsentiert wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ein abo nicht vergessen die glocke zu aktivieren und wir hören und sehen uns zum nächsten video macht's gut ciao